Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Wir schauen uns an, wie es heute mit Ihrer Karriere, Gesundheit und Liebe steht. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie kostenlos diesen Kanal. Los geht's! Karriere Die Unentschlossenheit anderer Menschen könnte Sie heute zurückhalten. Sie warten darauf, von jemand anderem zu hören, bevor Sie Ihren nächsten großen Schritt machen können. Machen Sie sich keine Gedanken darüber. Es ist besser, wenn Sie warten, bis Sie diese Information erhalten, anstatt weiterzumachen. Gesundheit Sie brauchen generell viel persönliche Zeit, um Ihre komplexen Gefühle über die Welt zu sortieren. Versuchen Sie, Sport zu treiben, der Ihnen dabei helfen kann, Ihre persönliche Zeit optimal zu nutzen. Langstreckenlauf, Schwimmen, Wandern und Mountainbeaking erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, den Sie dann in Ihrem Kopf nutzen können. Gesunde Gewohnheiten, die Ihre Bedürfnisse in Kombination erfüllen, sind unbezahlbar. Es ist ein langes Leben, und Sie werden mehr Freude an sich selbst haben und mehr mit anderen teilen können. Liebe Irgendetwas kommt Ihnen heute sehr komisch vor, auch wenn Ihr Partner das vielleicht nicht ganz so sieht. Die heutige Astralkonfiguration könnte eine Situation herbeiführen, in der Sie einfach nicht anders können, als in Gelächter auszubrechen. Wenn dies auf Kosten eines geliebten Menschen geschieht, müssen Sie vielleicht genau erklären, warum Sie so reagieren, so taktvoll wie möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlassen Sie gerne ein Kommentar und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020